Was beeinflusst die Überlebensraten von Nierenkrebs? Die Überlebensraten von Nierenkrebs basieren im Allgemeinen auf einer 5-jährigen Berechnung, d.h. dem Prozentsatz der Menschen, die nach der Diagnose 5 Jahre oder länger überleben. Die Überlebensraten sind von Person zu Person sehr unterschiedlich und werden von mehreren Faktoren beeinflusst. Im Allgemeinen ist einer der größten Faktoren bei der Bestimmung der Überlebensrate von Nierenkrebs das Stadium, in dem der Krebs diagnostiziert wird. Studien zeigen auch, dass die Größe des Tumors auch eine Rolle bei den Überlebensraten spielen könnte. Schließlich können Alter und allgemeine Gesundheit auch die Überlebenschancen eines Menschen beeinflussen. Die Überlebensraten für Nierenkrebs sind am höchsten, wenn die Diagnose im ersten Stadium gestellt wird, wenn der Krebs noch sehr stark in der Niere lokalisiert ist. In diesem Stadium können die Überlebensraten von Nierenkrebs zwischen 75 und 90% liegen. Wenn die Diagnose gestellt wird, nachdem der Krebs in das zweite Stadium eingetreten ist, wo er sich ausgebreitet hat, aber immer noch in der Niere enthalten ist, sinkt die Überlebensrate auf 65 bis 75%. Die Überlebensrate sinkt im dritten Stadium auf 40 bis 70%, wenn sich der Krebs auf die Region und die Lymphknoten ausgebreitet hat. Wenn der Krebs das vierte Stadium erreicht hat und in andere Teile des Körpers metastasiert ist, sinken die Überlebensraten signifikant auf weniger als 20%. Einige Studien haben gezeigt, dass die Größe des Krebstumors auch die Überlebensraten von Nierenkrebs beeinflussen kann. Wenn zum Beispiel der gefundene Tumor kleiner als 4 cm ist, kann die Überlebensrate bis zu 90% betragen. Mit zunehmender Größe sinken die Überlebensraten jedoch proportional. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass je kleiner der Tumor ist, desto besser ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auf Medikamente anspricht oder durch eine Operation vollständig ausgerottet wird. Gesundheitliche Probleme, unabhängig davon, ob sie mit dem Krebs zusammenhängen, können die Überlebensraten von Nierenkrebs negativ beeinflussen, da möglicherweise die Fähigkeit des Patienten beeinträchtigt wird, die notwendige Behandlung zu tolerieren. Wenn zum Beispiel eine Person an einem Herzfehler oder einer Blutungsstörung leidet, kann sie sich möglicherweise nicht der empfohlenen Operation für den Krebs unterziehen. Wenn eine Person an Blutdruckdruck oder Diabetes leidet, ist sie möglicherweise nicht in der Lage, bestimmte Medikamente einzunehmen, die bei Nierenkrebs verschrieben werden. Gleiches gilt für das Alter einer Person. Wenn ein Patient zum Zeitpunkt der Diagnose älter ist, kann seine Überlebensrate unter dem Durchschnitt liegen, da er die verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten nicht verträgt oder nicht darauf anspricht.